Die Stadt Welzheim ist ein Luftkurort im Welzheimer Wald, 40 Kilometer östlich von Stuttgart. Geografie Welzheim hat Anteil an den Naturräumen Schurwald und Welzheimer Wald sowie schwäbisch-fränkische Waldberge. Auf der Gemarkung Welzheim liegen die Kernstadt Welzheim und 24 weitere separat gelegene Ortsteile Die Weiler Eichstrut, Birkachhof, Breitenfürst, Eberhardsweiler, Eckersweiler, Asselshalden, Gausmannsweiler, Langenberg, Lettenstich, Obersteinenberg, Schafhof, Seibolzweiler, Steinbruck, Taubenhof und Vorderhunsberg, die Höfebausche, Neuhof und Obermühle und die Häuser Eichstruter Säckmühle, Ebnessy, Eierhof, Klingenmühle, Laufenmühle und Leihenhalde. Diese Ortsteile, mit Ausnahme der Ortsteile Eichstruter, Säckmühle und Obermühle, werden in der Hauptsatzung der Stadt Welzheim als Stadtteile geführt. Die offizielle Benennung der Stadtteile erfolgt in der Form Welzheim. In Welzheim gilt die unechte Teiler II gemäß baden-württembergischer Gemeindeordnung. Die 23 Stadtteile sind deshalb in vier Wohnbezirke aufgeteilt. Der Wohnbezirk I besteht aus Welzheim mit Klingenmühle und Laufenmühle. Wohnbezirk II besteht aus Breitenfürst mit Birkachhof und Neuhof. Wohnbezirk III besteht aus Bausche, Asselshalden, Langenberg, Lettenstich, Obersteinenberg, Steinbruck, Taubenhof und Vorderhunsberg und Wohnbezirk IV besteht aus Eichstut, Eberharzweiler, Leihenhalde, Schafhof, Eckertzweiler, Gaussmannsweiler, Seiboldzweiler, Eierhof und Ebnessy. Im Stadtgebiet liegen die abgegangenen Ortschaften Kuhnenweiler, Seibmühle bei Seiboldzweiler, Glasern, Urmeweiler und Tierbad. Geschichte Die Geschichte von Welzheimreich zurück bis in die Zeit des Römischen Reiches Um 150 n. Chr. errichteten die Römer hier im Zuge des Baus der Grenzanlage obergermanisch-rätischer Limes einen Kastelort mit Zivilsiedlung. Zur 800-Jahr-Feier der Stadt im Jahre 1980 wurde das kleinere Ostkastel rekonstruiert und im Jahr 1993 durch einen archäologischen Park ergänzt. Die Reste des Westkastels wurden im 20. Jahrhundert überbaut. Siehe auch, die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1181 als Valenzin auch Valenzin. Spätere Namensformen sind dann Valenzingen 1446, Valzen 1473, Valzahn hierauf, Welnzei und Welzen. Nach dem Abzug der Römer liegt die Geschichte der Siedlung im Dunkeln. Im Jahr 1266 erhielt Welzheim das Stadtrecht. Der Ort wird später als Dorf- oder Marktflecken bezeichnet. Die Verleihung des Stadtrechts wurde am 13. Mai 1840 bestätigt. 1499 wurde die vermutlich neue Erbaute St. Galluskirche geweiht. Am 13. Juni 1556 brannten große Teile Welzheims sowie das Schloss ab. Am 5. September 1726 zerstörte eine zweite große Brandkatastrophe erneut fast die ganze Stadt. Auch die Kirche brannte bis auf die Grundmauer nieder, sie wurde in der Folge wieder aufgebaut. Das Rathaus wurde 1731 neu erbaut. Der Dichter Justinus Kerner lebte zwischen 1812 und 1816 in Welzheim. Von 1807 bis zur Bildung des Landkreises Weiblingen im Jahre 1938 mit Unterbrechung von 1810 bis 1819, als der Sitz des Oberamts nach Leuch verlegt wurde, war Welzheim Sitz des Oberamts Welzheim sowie bis 1977 auch eines Kirchenbezirks der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es in der Stadt das Schutzhaftlager Welzheim, bis heute oftmals euphemistisch als Polizeigefängnis bezeichnet. Der prominenteste Häftling dort dürfte der Kommunist und Gewerkschafter Friedrich Schlotterbeck gewesen sein, der der Widerstandsgruppe Schlotterbeck aus Lugensland angehörte. Etwa 10,000 zu 15,000 Häftlinge haben das Lager durchlaufen. Auf dem Friedhof es sind dort 35 KZ-Opfer begraben, erinnert ein Gedenkstein an das Geschehen. In Breitenfürst hat am Abend des 26. Mai 2010 eine Windhose für Verwüstungen gesorgt. Umgestürzte Bäume beschädigten unter anderem ein Gartenhaus, zudem wurde ein Wartehäuschen an einer Bushaltestelle sowie ein Wohnwagen weggerissen. Kirchen und Religionsgemeinschaften neben der Evangelischen St. Gallus und der Katholischen Christkönigskirche gibt es einen CVJM, die Süddeutsche Gemeinschaft, mehrere freikirchliche Gemeinden sowie eine Moschee. Politik In Welzheim wird der Gemeinderat nach dem Verfahren der unechten Teilhardswahl gewählt. Dabei kann sich die Zahl der Gemeinderäte durch Überhangmandate verändern. Der Gemeinderat in Welzheim hatte nach der letzten Wahl 20 Mitglieder. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Seit dem 1. Juni 2010 ist Thomas Bernhör Bürgermeister, der das Amt von Hermann Holzner übernahm. Die Wappenbeschreibung lautet, in Silber auf grünem Hügel eine grüne Tanne. Wirtschaft und Infrastruktur Welzheim war seit 1911 in Punkt der Wieslaufdallbahn von Schorndorf. Die königlich-württembergischen Staatseisenbahnen erbauten das Bahnhofsgebäude als Einheitsbahnhof vom Typ IEB. Heute wird die Station nur an Sonn- und Feiertagen zwischen Mai und Oktober und in der Adventszeit von Touristikzügen der Schwäbischen Waldbahn nach einem besonderen Fahrplan angefahren. Der öffentliche Personennahverkehr wird durch den VVS-Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart sichergestellt. Ab dem Bahnhof Schorndorf Endpunkt der S-Bahnlinie S2 von Stuttgart her besteht eine gute Busverbindung. Die nächsten Bahnhöfe befindet sich in Leuch und Waldhausen, beide in ca. 14 km Entfernung an der Rennsbahn. Durch die Gemeinde führen die Landesstraßen L1080, L1150 und L1155. Der nächste Autobahnanschluss ist die Anschlussstelle Mundelsheim der Bundesautobahn 81 in ca. 40 km Entfernung über Bad Nang. Durch den Ort führt der Deutsche Limes Radweg. Er folgt dem obergermanisch-rätischen Limes über 818 km von Bad Hönningen am Rhein nach Regensburg an der Donau. Freizeiteinrichtungen Den Mittelpunkt der Stadt bildet der Kirchplatz mit der Evangelischen St. Galluskirche. Welzheim verfügt über viele Gasthäuser, Sporteinrichtungen, einen Stadtpark, einen Trimmdichfahrt mit 2,6 km quer durch das an den Stadtpark Grenzende Waldgebiet sowie ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, das von der Welzheimer Jugendinitiative e.V. betrieben wird. Die Umgebung ist von Land- und Forstwirtschaft sowie kleineren Stauseen geprägt. Am östlichen Stadtrand befindet sich ein Segelflugplatz. In Welzheim gibt erst zwei Grundschulen, eine Förderschule, eine Hauptschule, eine Werkrealschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Im Rahmen der Einführung von Ganztagesschulen wurde im Jahr 2007 eine Mensa gebaut. Persönlichkeiten Söhne und Töchter des Ortes Marie Kerner Schriftstellerin und Tochter des Dichters und Arztes Justinus Kerner Friedrich Fritz Politiker Fritz Hopf Ingenieur Unternehmer und Metzen in Nördlingens Nachkriegskultur leben Siegfried Weller Unfallchirurg Rüdiger Gamm Rechengenie Anja Hitzler Bogenschützin Personen die mit dem Ort in Verbindung stehen Justinus Kerner Dichter, Arzt und medizinischer Schriftsteller Von 1812 bis 1815 Praktischer Arzt in Welzheim Die Ehrenbürgerwürde der Stadt Welzheim wurde seit 1886 elfmal verliehen Liste der Ehrenbürger mit dem Jahr und Anlass der Verleihung Karl Wilhelm von Heinz 1886 für seine Verdienste als langjähriger Oberamtmann in Welzheim Wilhelm Kraus 1921 für sein langjähriges Engagement für den Fremdenverkehr Johannes von Hieber erhielt bereits 1912 die Ehrenbürgerwürde für seine Verdienste um den Bau der Wieslauftalbahn Diese wurde 1933 aberkannt und 1947 erneut verliehen Gottlob Bauknecht 1952 für seine Verdienste als Industriepionier des Welzheimer Waldes Reinhold Mayer 1955 für seine enge persönliche und politische Verbundenheit mit Welzheim Friedrich Bauer 1958 für seine wirtschaftliche Pionierarbeit und seiner Verbundenheit zu Welzheim Otto Eichelle 1978 Bürgermeister von 1948 bis 1978 war Vorsitzender mehrere Vereine und des Zweckverbandes Wasserversorgung Menzles Mühle Helmut Glopp 1997 für sein Engagement als Heimatforscher Eberhard Braun 2007 war 33 Jahre Pfarrer im Welzheim Hermann Holzner 2010 1978 zu 2010 Bürgermeister von Welzheim Helmut Hutt 2010 Unternehmer Firma Christian Bauer